Ah, das war doch schon richtig gewesen. Ich glaube, das bringt so nichts. Wir gehen mal wieder zur Wartung. Hmm, Wartung. Uh. Okay, es hat was bewirkt. Wie man sieht. Almost there. Hm. Ich habe da eine Idee. Grüße, Genosse. Wir hatten doch mal so eine große Metallplatte gehabt. Kann man da nicht vielleicht irgendwie damit irgendwie das abdecken? Perfekt. Okay. Ich glaube, noch einmal voraus. Ähm, vorwärts. Nee, hier ist immer falsch. Muss mal zurück. Noch eins geradeaus. Hier jetzt mal rein. Und lang. Genau. Wenn wir den Hebel jetzt auf Blasen stellen, müsste ja eigentlich was ganz Schlimmes passieren. Haha, ich freue mich schon drauf. Sam, wir werden dich... ...rächeln. Ja, ihr habt wie gesagt einen Haufen Gas jetzt schon. Okay. So, wir nimmst den Hebel mal und trötet ihn mal auf Blasen stellen. Jetzt tut es gar nichts. Jetzt bläst es. Mhm. Uh. Oh. Okay, wir haben irgendwas Böses gemacht. Aber auf jeden Fall hat es schon mal funktioniert. Hm. Hat das vielleicht was bewirkt, dass die hier oben hier... Nein, danke. Nicht mein Typ. Als ich noch ganz normaler Bürger war, ist mir so ein Mega-Gag nie eingefallen. Kann man hier nicht weiter? Hm. Genosse? Floyd, wie läuft's? Ganz gut. Ich hab nicht viel Zeit. Hast du Arnold gefunden? Ja, er sonnt sich draußen. Und was machst du im Augenblick? Terrain-Sondierung. Na, dann machst du besser weiter. Okay, man sieht sich. Ach, kommen wir nicht dahinter? Wir kommen ja nicht dahinter. Wir kommen ja nicht dahinter. Hm. Nee, da sollst du eigentlich nicht wieder rein. Hm. Hm. Geh nochmal zurück. Genosse? Genosse? Lass gut sein. Es ist sinnlos. Es geht ihm dreckig, hm? Sie haben ihm jeden Knochen gebrochen. Nur einen Finger nicht. Autsch. Warum kommen wir nicht dahinter? Zellen. Eine von vielen Zellen, in denen meine Genossen gefangen gehalten werden. Die kommen aber auch nicht dahinter. Hm. Wir müssen nochmal an die Wartung. Jetzt tut es gar nichts. Wir haben irgendeinen Fehler gemacht. Wir müssen... Wir lassen die was zu? Ne, wir machen die mal wieder zurück. Jetzt saugt es Luft an. Und gehen nochmal auf das Testgelände. Ich glaube, wir haben irgendeinen Fehler gemacht. Was bewirkt das? Also der Ventilator... Läuft. Und jetzt... Ist er aus. Okay. Okay. Dann versuchen wir nochmal Granaten zu werfen. Grüße, Genosse. Hm, 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 hm. So, wir wirfen nochmal Granate. Ich sollte zuerst den Lüftungsschacht freimachen. Ach, okay. Da hat es sich schon erledigt. Ach, Mann. Dann müssen wir nochmal zurück. So, wieder zur Wartung. Das ist eigentlich ein Hin und Her. Okay, aber der Hebel ist ja auf anziehen. Also müssen wir jetzt erstmal nochmal die Platte wegnehmen. Wo auch immer die war. Hmm, vorwärts. Ne, hier kann man nichts machen. Nach oben. Und dann glaube ich war es rechts. Aufwärts. Oder links. Ich glaube links war es. Mit der Platte. Genau da. Geradeaus. rechts. Okay, jetzt wieder zurück. rechts laufen wir müssen ja versuchen das gas irgendwie zu dem darüber zu schieben so dann mach ich und wieder zur forschungsstrecke so eigentlich dürfte die ja im schalter wenn wahrscheinlich für ventilator der ist im moment zu okay ist zu das wollen wir ja auch darf ja nicht offen sein da werfen jetzt noch mal eine granate grüße genosse und die 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 warum kann die kanal nicht da oben sein so wir auf eine granate für oder nicht aber vorhin hat es doch gas ausgeströmt grüße genossen von hat es doch wie gesagt gas ausgeströmt ein moment jetzt kommt ein